Hallo und Herzlich Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Mindedle Volt Nummer 49 Wie ich weiß, war ich längere Zeit nicht auf YouTube so aktiv, als es bedeutet, ich habe letztendlich so viele Videos hochgeladen, sorry, aber dafür Grund dafür ist, ich weiß es immer nicht, auf jeden Fall, irgendwie hat es bei Mindedle Volt voll viel wieder getan Die Zitata ist okay, das ist jetzt auch neu Öffnen, oh, das habe ich jetzt drehen hören und 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 Ein Holz, krass Sorry, dafür dass 125 Sekunden und einer Deko-Element vorbeilaufen müssen, die automatic Das können wir auch kurz sehen Ausverkauf auf Dieses Produkt istadel доллар Verk願い Darkware der Warengruppen aber nüsse ok also das wird sich automatisch wenn ich doch plakat hängen werden zunächst eine produktgruppe auf der rechten und anschließend die in die das bedeutet dass wir die ganz optimise aufteilung umbauen dürfen Mh wie mach ich das denn? die nach der Stelle Mh Ja, da hinten. Oh, wie ich wo die Dinger... Das ist gerade nur hier. Machen wir mal Kartoffeln. So, die sitze ich noch da. Das ist gerade nur hier. 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 So, dann können wir jetzt die ganze Duren nach vorne, vorne. So, wo setze ich die jetzt hin. Da muss ich ein Gunderchen wegstellen. Dafür kommt einmal die nach der. So, jetzt kann der ganze Backstopp nach vorne kommen. So. 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 Aber dann kriege ich das runter. laugh Den erset sich nach da. Den erset sich ihr nach da. Und dann map's dann. Ja, da... Der grillt nach da und der geht da. und durch ihn müssen alle drückt sich die reihe mit dem die so geht und dennoch macht er um die Bewerber mit so geht es durch ich glaube auch nicht holen also ich schätze mal wohl aber nicht, das tun wir aber weit dann ich warte, davor kann ich jetzt gar keinen sitzen müssen boah, was ist das gerade so schwer ähm, hm, hm, hm Bananen, was ich jetzt da jetzt sind die da wie mach ich das denn jetzt? um zu mir stech den Automaten weg so, das habe ich den setze ich jetzt einfach hier vor und den Anruf der anderen Seite vor ich kann jetzt reingehen und eben wollen wir um das habe ich das habe ich so, dann es gibt doch bestimmt in letzter Zeit welche neue Produkten ja, rustig was haben wir denn alles neu ok, gehen wir mal ganz hoch ne, ich suche jetzt keinen Schatz das sind jetzt die Früchte unten die letzten sind neu was ist das jetzt? oh ne, wir sind doch nicht neu wir sind die die sind ok die Zurück. Zurück. Ja. Zurück. 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 Untertitelung. BR 2018 Ich nehme dich jetzt so dorthin. Ich nehme das, wo ich da halb. Und hier habe ich ein Kupferchen. Was ist das? So. Den setzen wir hier. Hier ist der. Der macht es anders. Zu knallen. Wollen. Der ist der wieder. Na gut. Das habe ich. Das habe ich. Zum Glück an der Kasse müsste er leider sehr lange warten. Ähm. Hier ist auch noch ein Motor. Nicht tut mir leid. Aber ich hatte gerade keine Zeit. Ähm. Deko haben wir mal Deko. Nein. Deko. 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 9... 10... Das verstehe ich, das ist gerade nicht irgendwie so. Oh, das waren wir, die Besserung. Oh, das ist so schön, die Neue. Warte, den hab ich jetzt auch. Dann noch ihn lassen muss. Oh nein, los. Uh! Alter, was legt noch hier jetzt? Also was macht das? Oh, ich verstehe. Schon wieder, wie wir hier. Wollt ihr mich veröffnen? Und jetzt zu Gästen. Du Gästen! Schauen wir mal. Ja so igual ich sie im Soglas hatte. Ich system auch hochgezt. Das ist wie Pla� es ist. Ja, also weil man so viele Bogen auf Auge möchte weggehen So, dann muss ich sein Werkgepaar, gehen da nach oben und bis dahin und schauen